G.M.Factory präsentiert Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen Gelesen von Gregor Schweitzer Clark Ashton Smiths gesammelte Erzählungen erschienen im Fester Verlag Bosdorf bei Leipzig. Aus dem Amerikanischen von Heiko Langhans. Die Rückkehr des Hexers Seit einigen Monaten war ich nun schon ohne Arbeit und meine Ersparnisse waren fast zur Gänze aufgezehrt. Daher begeisterte es mich natürlich, als ich von John Carnby einen positiven Antwortbrief erhielt, in dem er mich zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch einlud. Carnby hatte per Anzeige nach einem Sekretär gesucht und darin festgelegt, dass alle Bewerber ihre Eignungen schriftlich darlegen müssten, was ich auch gleich nach dem Lesen der Annonce getan hatte. Zweifellos handelte es sich bei Carnby um einen schrülligen Gelehrten, der sich nicht gern mit einer langen Warteschlange von Fremden abgeben wollte, denn er hatte mit dem Text seiner Anzeige viele, vielleicht sogar alle, die für die Aufgabe nicht infrage kamen, im Vorweg ausgesondert. Er hatte seine Anforderungen klar und umfassend aufgelistet, und sie waren dazu angetan, selbst die meisten Menschen mit durchschnittlich guter Bildung auszuschließen. Unter anderem verlangte er nach arabischen Sprachkenntnissen. Glücklicherweise hatte ich mir in dieser ungewöhnlichen Sprache gewisse Kenntnisse angeeignet. Die Adresse, von deren Lage ich mir zunächst ein nur ungefähres Bild gemacht hatte, fand ich am Ende einer Straße im Vorstadtgebiet von Oakland, die einen Hügel hinaufführte. Es handelte sich um ein großes zweistöckiges Haus, beschattet von alten Eichen und von einem Kleid wildwuchernden Efeus verdüstert. Es stand zwischen unbeschnittenen Ligusterhecken und Sträuchern, die seit vielen Jahren keine Gärtnerhand berührt hatte. Das Haus wurde auf einer Seite durch ein unbebautes, von Unkraut überwuchertes Grundstück, auf der anderen Seite durch ein Gewirr von ranken Gewächsen und Bäumen, welche die schwarzen Ruinen eines abgebrannten Anwesens umstanden von seinen Nachbarn getrennt. Selbst wenn man vom Eindruck lang anhaltender Vernachlässigung absah, haftete dem Ort etwas Tristes, Unheilvolles an. Etwas, das den efeu-umrangten Umrissen des Hauses inne wohnte, den elenden, düsteren Fenstern und selbst den verwachsenen Eichen und dem eigenartig wuchernden Gesträuch. Meine Hochstimmung verflüchtigte sich ein wenig, als ich das Grundstück betrat und über einen unbehagten Pfad zum Vordereingang lief. Als ich mich dann John Carnby persönlich gegenüber sah, flaute meine Begeisterung noch um ein weiteres ab. Allerdings hätte ich für das vorahnende Erschauern, das unbestimmte, ernüchternde Gefühl der Gefahr und die bleierne Niedergeschlagenheit, die mich befiehlen, keinen rechten Grund nennen können. Es mochte an der finsteren Bibliothek, in der er mich empfing, oder auch an dem Mann selbst liegen. Die düsteren Schatten dieses Raumes ließen sich weder durch die Sonne noch mit Lampenlicht je zur Gänze verscheuchen, und daran musste es wohl gelegen haben, denn John Carnby entsprach ganz jener Art von Mensch, für die ich ihn auch gehalten hatte. Ihm hafteten alle Anzeichen eines einsam forschenden Gelehrten an, der einem obskuren Forschungsgegenstand lange, geduldige Jahre gewidmet hatte. Er war hager und gebeugt, mit gewaltiger Stirn und grauem Zottelhaar, und auf seinen eingefallenen, glatt rasierten Wangen lag die Blässe der Bücherhallen. Darüber hinaus umgab ihn allerdings ein Eindruck der nervlichen Zerrüttung, eine ängstlich kauernde Haltung, die die übliche Schüchternheit eines Eigenbrötlers noch übertraf. Hinzu gesellte sich eine stetige Anspannung, die sich in jedem Blick seiner umschatteten gehetzten Augen und jeder Bewegung seiner knochigen Hände offenbarte. Allem Anschein nach hatte er sich durch übermäßige Studien die Gesundheit ruiniert. Unwillkürlich fragte ich mich nach der Art der Studien, die ihn zu einem zitternden Wrack gemacht hatten. Dennoch hatte er etwas an sich, vermutlich lag es an der Breite seiner gebeugten Schultern und der kühnen Adlerhaftigkeit seiner Gesichtszüge, das von großer vormaliger Körperkraft sowie einer Energie kündete, welche noch nicht gänzlich erloschen schien. Seine Stimme war unerwartet tief und klangvoll. »Ich glaube, dass Sie der richtige Mann sind, Mr. Ogden«, sagte er nach einigen Prüfungsfragen, die sich vor allem auf meine Sprachkenntnisse und insbesondere auf meine Beherrschung des Arabischen bezogen. »Ihre Dienste werden von nicht allzu schwerer Art sein, aber ich benötige jemanden, der mir zu jeder beliebigen Zeit zur Verfügung steht. Sie werden daher bei mir einziehen müssen. Ich kann Ihnen ein bequemes Zimmer anbieten und ich garantiere Ihnen, dass meine Kuckkunst Sie nicht vergiften wird. Ich arbeite häufig nachts und ich hoffe, dass die unregelmäßigen Arbeitszeiten Sie nicht zu sehr stören.« Zweifellos hätte ich über die Zusage, dass die Stellung eines Sekretärs nun also mir gehörte vor Freude außer mir sein müssen. Stattdessen empfand ich einen unbestimmten, unvernünftigen Widerwillen und das Gefühl nahenden Unheils beschlich mich, als ich John Carnby dankte und ihm sagte, dass ich ganz nach seinem Belieben jederzeit einziehen könne. Das schien ihn sehr zu erfreuen und einen Augenblick lang wich die seltsame Anspannung aus seinem Verhalten. »Ziehen Sie sogleich ein, heute Nachmittag noch, wenn es Ihnen möglich ist«, sagte er, »ich freue mich schon sehr auf Ihre Gesellschaft und je eher, desto besser.« »Ich lebe nun schon seit einiger Zeit ganz alleine und ich muss gestehen, dass die Einsamkeit für mich allmählich ihren Reiz verliert. Auch kam ich mit meiner Arbeit nicht so recht weiter, weil mir die passende Hilfe fehlte. Früher wohnte mein Bruder bei mir, aber er hat sich auf eine ausgedehnte Reise begeben. Ich kehrte zurück in meine Unterkunft in der Innenstadt, bezahlte mit den letzten Dollars, die mir verblieben waren, meine Miete, packte meine Habseligkeiten zusammen und kehrte binnen einer Stunde zum Haus meines neuen Arbeitgebers zurück. Er wies mir ein Zimmer im Obergeschoss zu, das zwar ungelüftet und staubig war, aber im Vergleich zu dem Schlafsaal, den ich wegen mangelnder Geldmittel schon einige Zeit hatte bewohnen müssen, mehr als luxuriös wirkte. Dann führte er mich zu seinem Arbeitszimmer, das am anderen Ende des Flures im gleichen Stock lag. »Hier würde ich die meisten Aufgaben zu erledigen haben,« erklärte er mir. Als ich das Innere des Zimmers überblickte, konnte ich einen überraschten Ausruf nicht unterdrücken. Es sah ganz so aus, wie ich mir die Behausung eines alten Hexenmeisters immer vorgestellt hatte. Auf mehreren Tischen standen uralte Instrumente, deren Zweck man nur erraten konnte, neben ausgebreiteten astrologischen Tabellen, Schädeln, Destillierkolben, Kristallen, Weihrauchgefäßen, wie sie bei der katholischen Messe verwendet werden, und gewaltigen, in wurmstichiges Leder gebundenen Folianten, die von grünspanfleckigen Buchbruschen zusammengehalten worden. In einer Ecke stand ein riesiges Affenskelett, in einer anderen das Gerippe eines Menschen, und von der Decke hing ein ausgestopftes Krokodil. Die Regale waren mit Büchern vollgestopft, und ein flüchtiger Blick auf die Titel reichte schon aus, um mir bewusst zu machen, dass sie eine einzigartig vollständige Ansammlung uralter und moderner Werke über Dämonologie und schwarze Kunst darstellten. An den Wänden hingen mehrere unheimliche Gemälde und Stiche, die sich mit ähnlichen Themen befassten. Die gesamte Atmosphäre des Zimmers verströmte einen wirren Hauch halbvergessenen Aberglaubens. Hätte ich mich andernorts mit solchen Eindrücken konfrontiert gesehen, so hätte ich wohl gelächelt, doch irgendwie fiel es mir in diesem einsamen, tristen Haus neben dem nervlich angeschlagenen und gehetzten Kahn wie schwer, ein Erschauern zu unterdrücken. Auf einem Tisch wartete in sonderbarem Kontrast zu diesem Mischmarsch aus Mittelalter und Satanismus eine Schreibmaschine, daneben einige Stapel ungeordneter Manuskripte. In einer Ecke des Zimmers war ein kleiner, verhängter Alkofen mit einem Bett eingelassen, in dem Karnby schlief. Auf der anderen Zimmerseite entdeckte ich zwischen dem menschlichen Skelett und dem des Affen einen in die Wand integrierten, verschlossenen Schrank. Karnby hatte meine Überraschung bemerkt und musterte mich mit einem scharfen, sezierenden Blick, der mir unergründlich schien. Er hob zu einer Erklärung an. Ich habe mein Lebenswerk den Studien des Dämonischen und der Hexerei gewidmet, verkündete er. Es ist ein faszinierendes Gebiet und wird zudem schon seit Langem sehr vernachlässigt. Ich arbeite gerade an einer Monografie, in der ich versuche, die magischen Praktiken und Teufelsverehrungen aller Völker und Zeiten zueinander in Beziehung zu setzen. Fürs Erste wird Ihre Arbeit darin bestehen, meine umfangreichen Vornotizen abzutippen und einzuordnen. Ferner werden Sie mir dabei behilflich sein, weitere Bezüge und Querverweise aufzuspüren. Ihre Kenntnisse des Arabischen sind für mich von unschätzbarem Wert, denn in dieser Sprache bin ich selbst nicht allzu sehr bewandert und ich benötige wesentliche Angaben aus einer Ausgabe des Necronomikon, die im Arabisch des Urtextes abgefasst ist. Ich habe Grund zu der Annahme, dass in der lateinischen Ausgabe von Olaus Vormius bestimmte Abschnitte ausgelassen und andere falsch übersetzt wurden. Von diesem seltenen und nahezu berühmten Werk hatte ich gehört, es aber noch nie zu Gesicht bekommen. In dem Buch waren angeblich die letzten Geheimnisse eines finsteren und verbotenen Wissens enthalten. Zudem galt der ursprüngliche Text, der von dem wahnsinnigen Araber Abdul Al-Hazred verfasst worden war, als unzugänglich. Ich fragte mich, wie Karnby ihn in seinen Besitz gebracht hatte. Nach dem Abendessen zeige ich Ihnen das Buch, fuhr Karnby fort. Zweifellos werden Sie mir eine oder zwei Passagen erhellen können, die mir schon lange Kopfzerbrechen bereiten. Das Abendbrot, das mein Arbeitgeber persönlich zubereitete und auftrug, war gegenüber der billigen Restaurantkost eine willkommene Abwechslung. Karnby schien einen Großteil seiner Nervosität abgelegt zu haben. Er zeigte sich äußerst gesprächig, und nachdem wir eine Flasche lieblichen Wein aus Sauternay getrunken hatten, entwickelte er sogar eine gewisse professorale Lebhaftigkeit. Dennoch wurde ich von unheilvollen Vorahnungen und Missbehagen heimgesucht, die ich weder ergründen noch auf eine einleuchtende Ursache zurückführen konnte. Wir begaben uns wieder in das Arbeitszimmer und aus einer verschließbaren Schublade nahm Karnby den Band heraus, von dem er gesprochen hatte. Er wirkte unglaublich alt, in Ebenholz eingebunden, mit Silber verziert und mit dunkel leuchtenden Granatsteinen besetzt. Als ich die vergilbten Seiten aufschlug, fuhr ich in unwillkürlichem Widerwillen vor dem aufsteigenden Geruch zurück, einem Geruch, der an körperlichen Zerfall mehr als nur erinnerte, als ob das Buch auf einem vergessenen Friedhof zwischen Leichen gelegen und die Befleckung der bevorstehenden Auflösung angenommen hatte. Karnbys Augen brannten in einem fiebrigen Schimmer, als er mir das alte Manuskript aus der Hand nahm und ungefähr in der Mitte aufschlug. Mit einem dürren Zeigefinger deutete er auf einen bestimmten Abschnitt. »Sagen Sie mir, wie Sie das hier lesen«, forderte er mit einem angespannten und erregten Flüstern. Langsam und mit viel Mühe entzifferte ich den Absatz und schrieb eine grobe englische Version auf den Notizblock, den Karnbys mir reichte. Auf sein Geheiß las ich ihn dann laut vor. »Nun wissen es wahrlich nur wenige. Dennoch ist es bestätigte Tatsache, dass der Wille eines toten Zauberers Macht über seinen Leichnam übet und ihn aus dem Grab erheben und zu solchem Zwecke bringen kann, welcher im Leben unvollendet geblieben. Und solcherlei Wiederbelebung ist stets zur Vollführung übler Taten und zum Missgeschicke anderer getan. Der Leichnam ist aufs Trefflichste belebt, so er denn ganz in allen Gliedern verblieben, aber bei Zeiten hat der überragende Wille des Magiers die getrennten Stücke eines Leichnams erhoben, welcher in vielerlei Teile zerhauen, auf dass er seinen Willen erfülle, sei es zu teilen oder in befristeter Vereinigung. Ist aber die befohlene Handlung vollendet, so zerfällt der Leib wieder in den vorigen Stand. Das war natürlich irrwitziger Unsinn. Wahrscheinlich lag es eher an dem seltsamen, ungesunden Gesichtsausdruck meines Arbeitgebers, der von faszinierter Aufmerksamkeit zeugte, als an dem verdammenswerten Abschnitt des Necronomikon selbst, dass ich nervös wurde und heftig zusammenfuhr, als ich kurz vor Ende meiner Lesung ein unbeschreibbares rutschendes Geräusch aus dem Flur vernahm. Als ich den Abschnitt jedoch beendete und zu Karnbi aufsah, versetzte mich der Ausdruck nackter, starrer Furcht auf seinem Gesicht in noch größeren Schrecken. Es war die Miene eines Menschen, der von einem höllischen Schreckgespenst heimgesucht wird. Irgendwie beschlich mich das Gefühl, dass er eher auf das seltsame Geräusch im Flur als auf meine Übersetzung des Abdul Al-Hazred lauschte. Das Haus ist voller Ratten, erklärte er, als er meinen fragenden Blick bemerkte. Trotz all meiner Bemühungen habe ich sie nie vollständig loswerden können. Das Geräusch hielt immer noch an und klang wahrhaftig nach einer Ratte, die etwas über den Boden schleift. Es schien näher zu kommen, näher zur Tür zu Karnbis Arbeitszimmer. Nach einer kurzen Pause rührte es sich erneut und zog sich dann zurück. Die Erregung meines Arbeitgebers war unverkennbar. Er lauschte in ängstlicher Gebantheit und schien der Bewegung des Geräuschs mit einem Schrecken zu folgen, der anwuchs, als es näher kam, und ein wenig abnahm, als es sich wieder entfernte. Ich bin ziemlich nervös, gestand er. Ich habe in letzter Zeit so viel gearbeitet, und das ist nun das Ergebnis. Selbst ein kleines Rascheln bringt mich schon aus der Fassung. Das Geräusch schien nun irgendwo im Haus erstorben zu sein. Karnbis wirkte wieder etwas gefasster. Würden Sie mir Ihre Übersetzung bitte noch einmal vortragen, bat er. Ich möchte Sie gerne Wort für Wort nachvollziehen. Ich tat wie mir geheißen. Er lauschte mit dem gleichen Blick bemerkenswert, meinte er. Ich war mir seiner Bedeutung nicht ganz sicher, da mein Arabisch lückenhaft ist, und ich habe festgestellt, dass der Absatz in der lateinischen Ausgabe des Olaus Vormius zur Gänze fehlt. Ich danke Ihnen für Ihre gelehrsame Übertragung. Sie haben ihn mir wirklich erhellt. Seine Stimme klang ausdruckslos und förmlich, als ob er sich zurückhielt und eine ganze Welt unaussprechlicher Gedanken und Gefühle in sich verschloss. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Karnbis sogar noch nervöser und aufgewühlter war als zuvor, und dass meine Übersetzung aus dem Necronomicon auf irgendeine geheimnisvolle Weise noch zu seiner Verstörung beigetragen hatte. Er machte ein schauerlich gequältes Gesicht, als ob sein Verstand sich mit einem unliebsamen und verbotenen Thema befasste. Allerdings schien er sich wieder zu fangen und bat mich um die Übersetzung eines weiteren Abschnitts. Dieser erwies sich als eine lange Gesangformel zum Exorzieren von Toten in Verbindung mit einem Ritual, das die Verwendung seltener arabischer Gewürze sowie den fehlerfreien Vortrag der Namen von über hundert Ghulen und Dämonen erforderte. Ich legte alles schriftlich für Karnbis nieder, und dieser betrachtete das Blatt mit einer Hingerissenheit, die über die Ekstase eines Gelehrten weit hinausging. Auch dieser Absatz steht nicht bei Ullaus Vormius. Noch einmal las er den Zettel durch, faltete ihn dann sorgfältig und legte ihn in die gleiche Schublade, aus der er zuvor das Necronomicon hervorgeholt hatte. Dieser Abend gehörte zu den Sonderbarsten, an die ich mich erinnern kann. Während wir stundenlang beieinander saßen und Übersetzungen aus dem teuflischen Band diskutierten, kam ich mehr und mehr zu dem Schluss, dass mein Arbeitgeber vor irgendetwas eine Todesangst hatte. Es graute ihm davor, allein zu sein, und er behielt mich eher aus diesem Grund bei sich als aus einem anderen. Immer wieder wirkte er, als ob er innehielt und mit schmerzlich gequältem Gesichtsausdruck auf etwas lauschte, und ich bemerkte, dass er den Gesprächen nur mechanische Aufmerksamkeit schenkte. Inmitten der makabren Ausstattung dieses Raumes, in dieser Atmosphäre des formlosen Bösen, des ungenannten Entsetzens, gab der vernunftgeprägte Teil meines Verstandes unter dem Hervorbrechen finsterer vorzeitlicher Ängste nach. Im Zustand geistiger Klarheit hatte ich diesen Dingen stets Verachtung entgegengebracht, doch mittlerweile war ich vollends bereit, die scheußlichsten Schöpfungen eines abergläubischen Geistes ernst zu nehmen. Zweifellos hatte ich mich durch eine artgeistige Ansteckung in den Bann des verborgenen Grauens begeben, unter dem Karnby litt. Allerdings gab der Mann durch kein Wort und keine Silbe die wahren Gefühle hinter seinem Gebaren zu, sondern sprach wiederholt von einem Nervenleiden. Während unserer Diskussion versuchte er mehr als einmal den Eindruck zu vermitteln, dass sein Interesse am übernatürlichen und satanischen, rein intellektueller Art sei, dass er ebenso wie ich solchen Angelegenheiten keinerlei eigenen Glauben schenke. Dennoch wurde mir untrüglich klar, dass er log, dass ihn ein realer Glaube an all das, was er mit wissenschaftlicher Distanz zu betrachten vorgab, antrieb und in Besitz genommen hatte. Zweifellos war er einem imaginären Schrecken zum Opfer gefallen, der sich bei seinen okkulten Forschungen herausgebildet hatte. Doch vermochte meine Intuition mir keinen Hinweis auf die wahre Beschaffenheit dieses Schreckens zu geben. Die Geräusche, die auf meinen Arbeitgeber eine derart verstörende Wirkung ausgeübt hatten, ereigneten sich nicht wieder. Wir mussten bis lange nach Mitternacht über den aufgeschlagenen Schriften des wahnsinnigen Arabas gesessen haben. Schließlich schien Karnby zu bemerken, wie weit die Stunden schon vorangeschritten waren. »Ich fürchte, ich habe Sie viel zu lange wachgehalten«, sagte er entschuldigend. »Sie sollten sich Ihren Schlaf gönnen. Ich bin etwas selbstsichtig, und dabei vergesse ich, dass andere Menschen im Unterschied zu mir an solche Arbeitszeiten nicht gewöhnt sind.« Wie es die Höflichkeit verlangte, bestritt ich seine Selbstbezichtigung, entbot ihm eine gute Nacht und suchte mit einem gewaltigen Gefühl der Erleichterung mein Schlafgemach auf. Es kam mir so vor, als ob ich in Karnbys Zimmer sämtliche schattenhaften Ängste und Beklemmungen zurückließ, denen ich ausgesetzt gewesen war. Im langen Flur brannte nur ein einziges Licht. Es hing nahe bei Karnbys Tür, und der Eingang zu meinem Zimmer zum anderen Ende des Flures nahe am Treppenabgang lag in tiefem Schatten. Als ich nach dem Knauf tastete, hörte ich hinter mir ein Geräusch, drehte mich um und entdeckte im düsteren Dämmerlicht eine kleine, undeutliche Gestalt, die vom Flur auf die oberste Stufe sprang und außer Sicht geriet. Ein furchtbarer Schrecken erfasste mich. Selbst mit meinem flüchtigen Blick hatte ich erkannt, dass das Wesen für eine Ratte viel zu bleich gewesen war und seine Gestalt nichts von einem Tier an sich trug. Ich hätte nicht beschwören können, um was es sich eigentlich handelte, aber den Umrissen haftete etwas unsagbar Schreckliches an. Mit bebenden Gliedern stand ich da und hörte auf der Treppe eine Serie dumpfer Laute, als ob Stufe um Stufe ein Gegenstand hinabrollte. Das Geräusch wiederholte sich in regelmäßigen Abständen und verstummte schließlich. Ich hätte die Treppenbeleuchtung nicht einschalten können, selbst wenn es um Leib und Leben gegangen wäre. Auch hätte ich keinen Schritt zum Treppenabsatz gewagt, um die Ursache der unnatürlichen Geräusche herauszufinden. Vielleicht hätte es jeder andere getan, ich vermochte es nicht. Stattdessen betrat ich nach einem kurzen Augenblick regelrechter Versteinerung mein Zimmer, schloss die Tür ab und begab mich in einem Aufruhr ungelöster Zweifel und einhelligen Entsetzens zu Bett. Ich ließ das Licht brennen, und stundenlang lag ich wach und erwartete in jedem Moment eine Wiederholung jenes abscheulichen Geräusches. Aber das Haus lag so still da wie ein Grab, und ich hörte nichts. Schließlich fand ich trotz meiner gegenteiligen Befürchtungen doch noch Schlaf und erwarte erst nach vielen traumlosen Stunden des Schlummers. Laut meiner Uhr war es zehn Uhr morgens. Ich fragte mich, ob mein Arbeitgeber mich aus Rücksichtnahme hatte schlafen lassen oder ob er selbst noch nicht aufgestanden war. Ich zog mich an und ging nach unten, wo ich ihn am Frühstückstisch vorfand, auf mich wartend. Er wirkte noch bleicher und zittriger denn zuvor, als habe er schlecht geschlafen. Ich hoffe, die Ratten haben Sie nicht allzu sehr belästigt, bemerkte er nach der ersten Begrüßung. Ich muss wirklich etwas gegen Sie unternehmen. Ich habe Sie überhaupt nicht bemerkt, gab ich zur Antwort. Irgendwie war es mir vollkommen unmöglich, das sonderbare, unbeschreibliche etwas zu erwähnen, das ich beim Zu-Bett-Gehen in der vorigen Nacht gesehen und gehört hatte. Zweifellos hatte ich mich geirrt. Zweifellos war es doch nur eine Ratte gewesen, die etwas die Treppe hinuntergeschleift hatte. Ich versuchte, den abscheulichen, wiederholten Laut und den erhaschten Blick auf undenkbare Umrisse im Dämmerlicht zu vergessen. Mein Arbeitgeber musterte mich mit einem schärfen Blick, als ob er in meine innersten Gedanken einzudringen suchte. Das Frühstück geriet zu einer tristen Angelegenheit, der daran anschließende Tag wurde nicht weniger beklemmend. Karnby zog sich bis zum Spätnachmittag zurück, und ich blieb in der wohlbestückten, jedoch konventionellen Bibliothek im Erdgeschoss mir selbst überlassen. Was Karnby in seinem Zimmer anstellte, konnte ich nicht einmal vermuten, aber mehrmals dachte ich, dass ich eine ernste Stimme etwas schwach und monoton vortragen hörte. Schreckliche Vorzeichen und beunruhigende Ahnungen suchten meinen Verstand heim. Mehr und mehr umschlang und erstickte mich die Atmosphäre dieses Hauses mit seinem giftigen, kränklichen Mysterium, und überall verspürte ich das unsichtbare Lauern bösartiger Geister. Als mich mein Arbeitgeber in sein Arbeitszimmer rief, war es fast eine Erleichterung. Beim Eintreten bemerkte ich, dass ein durchdringender aromatischer Geruch in der Luft hing, von sich auflösenden Schlingen eines bläulichen Dunstes durchsetzt, als seien in den Weihrauchgefäßen orientalische Kräuter und Gewürze verbrannt worden. Von seiner ursprünglichen Lage an der Zimmerwand war ein Isfahan-Teppich in die Mitte des Raumes verschoben worden. Allerdings vermochte er ein violettes, geschwungenes Zeichen nicht ganz zu verbergen, das auf die Zeichnung eines magischen Kreises auf dem Boden hindeutete. Zweifellos hatte Karnby eine Art Beschwörung vollzogen, und ich musste an die furchterregende Formel denken, die ich auf sein Geheiß übersetzt hatte. Allerdings bot er mir keine Erklärung für das, was er getan hatte. Sein Verhalten hatte sich auf bemerkenswerte Weise gewandelt und wirkte beherrschter und selbstsicherer als zu jeder anderen Zeit unserer Bekanntschaft. Mit fast geschäftsmäßigem Gebaren legte er einen Manuskriptstapel vor mir ab, den ich für ihn abtippen sollte. Das vertraute Geklapper der Tasten trug dazu bei, meine Vorahnungen eines unbestimmten Unheils von mir zu weisen, und ich konnte fast über die zusammengesammelten und furchterregenden Informationen in den Notizen meines Arbeitgebers lächeln, die in der Hauptsache von Formeln handelten, mit denen verbotene Mächte erlangt werden sollten. Unter meinem selbstsicheren Gleichmut lauerte dennoch ein vages Unbehagen. Der Abend brach heran. Nach dem gemeinsamen Essen kehrten wir in das Arbeitszimmer zurück. In Karnbys Verhalten lag nun etwas Angespanntes, als ob er begierig auf das Ergebnis eines verborgenen Tests wartete. Ich fuhr mit meiner Arbeit fort, aber etwas von seiner Unruhe übertrug sich auch auf mich, und ab und zu ertappte ich mich, wie ich angestrengt auf etwas Unerhörtes lauschte. Schließlich hörte ich über dem Klappern der Tasten das seltsame Rutschen im Flur. Karnbys hatte es ebenfalls vernommen, und sein selbstsicheres Auftreten verschwand spurlos und wich dem Eindruck bejammernswerter Furcht. Das Geräusch kam näher und wurde von einem gedämpften Schleifen abgelöst, und dann waren weitere Töne unterschiedlicher Lautstärke zu vernehmen, die nach Rutschen und Krabbeln klangen. Offenbar war der gesamte Flur davon erfüllt, als Zerre ein ganzes Rattenheer irgendein erbeutetes Aas über den Boden, und dennoch hätte kein Nagetier oder auch eine beliebige Anzahl davon solche Geräusche erzeugen oder etwas so Schweres wie jenen Gegenstand bewegen können, der dort bewegt wurde. Etwas haftete diesen Lauten an, etwas Namenloses, Unbestimmtes, das mir einen langsamen, eiskalten Schauer über den Rücken rieseln ließ. »Großer Gott, was ist denn bloß dieser Lärm?« schrie ich auf. »Die Ratten! Ich sage Ihnen, das sind nur die Ratten!« Karnbys Stimme hatte sich in ein schrilles, hysterisches Kreischen verwandelt. Einen Augenblick später erklang ein deutliches Klopfen an der Tür nahe der Schwelle. Zur gleichen Zeit hörte ich einen schweren Schlag im verschlossenen Schrank am anderen Ende des Zimmers. Karnbys hatte aufrecht dagestanden, doch jetzt sank er schlaff in einen Sessel. Sein Gesicht wurde aschfahl, und seine Miene hatte sich vor Angst in die eines Wahnsinnigen verwandelt. Der halbtraumhafte Zweifel und die Anspannung wurden unerträglich, und ich stürzte zur Tür und riss sie trotz des hektischen Aufbegehrens meines Arbeitgebers auf. Ich hatte keine Ahnung, was ich erschauen würde, als ich über die Schwelle in den schwach erleuchteten Fluhe trat. Als ich nach unten blickte und das Ding sah, auf das ich fast getreten wäre, überkamen mich ein schwindelerregendes Erstaunen und Übelkeit. Es handelte sich um eine am Gelenk abgetrennte menschliche Hand, eine knochige, bläuliche Hand wie die einer wochenalten Leiche. Gartenerde klebte an ihren Fingern und unter den langen Nägeln. Das abscheuliche Etwas hatte sich bewegt. Es hatte sich vor mir zurückgezogen und kroch jetzt wie eine Art Krebs über den Gang, und als ich ihm mit meinem Blick folgte, sah ich, dass sich dahinter noch weitere Körperteile befanden. Einen erkannte ich als einen menschlichen Fuß, einen anderen als Unterarm. Ich wagte es nicht, mir die restlichen zu genau anzusehen. Sie krochen mit langsamen, abscheulichen Bewegungen wie ein Leichenzug von mir fort, und ich kann die Manier nicht beschreiben, in der sie sich bewegten, denn ihre individuelle Vitalität erfüllte mich mit unerträglichem Grauen, mehr als die Kraft, die dem Leben selbst inne wohnt, die Luft mit Aasgeruch gesättigt. Ich wandte den Blick ab, trat in Karnbys Zimmer zurück und zog mit zitternder Hand die Tür hinter mir zu. Karnby stand mit dem Schlüssel in der Hand neben mir und drehte ihn im Schloss mit bebenden Fingern, die schwach wie die eines alten Mannes geworden schienen. »Haben Sie gesehen?«, fragte er in einem heiseren, schwankenden Flüsterton. »In Gottes Namen, was soll das alles bedeuten?«, schrie ich. Karnby ging vor Schwäche leicht taumelnd zu seinem Sessel zurück. Seine Gesichtszüge verzerrten sich unter dem Nagen eines inneren Grauens, und er zitterte heftig wie im Griff des Schüttelfrosts. Ich setzte mich auf einen Stuhl neben dem Seinen, und dann brachte er stammelnd unter allerlei sinnlosen Lauten, Unterbrechungen und Zaudereien seine unglaubliche Beichte vor. Er ist stärker als ich, selbst im Tode noch, sogar nachdem ich seine Leiche mit Skalpell und chirurgischer Säge zerstückelt habe. Ich dachte, dass er dann nicht zurückkehren könnte, ich habe doch die Teile an einem Dutzend Stellen vergraben, im Keller, unter den Sträuchern, am Fuß der Efeu ranken. Doch es ist wahr, was im Necronomicon steht, und Helman Karnby wusste es. Bevor ich ihn umbrachte, warnte er mich. Er sagte mir, dass er zurückkehren würde, sogar in diesem Zustand, doch ich glaubte ihm nicht. Ich hasste Helman, und er hasste auch mich. Er hatte größere Macht, gewaltigeres Wissen erlangt und stand bei den Mächten der Finsternis in höherer Gunst als ich. Deshalb habe ich ihn ja auch umgebracht, meinen eigenen Zwillingsbruder. Zugleich mein Bruder im Dienste Satans und jener Wesen, die vor Satan kamen. Viele Jahre lang hatten wir uns gemeinsam dem Studium hingegeben. Wir haben die Schwarze Messe gefeiert und wurden von denselben Familiares umsorgt. Doch Helman Karnby war tiefer in das Reich des Okkulten, des Verbotenen vorgedrungen als ich, wohin ich ihm nicht zu folgen vermochte. Ich fürchtete mich vor ihm, und ich konnte seine Überlegenheit nicht ertragen. Länger als eine Woche ist es nun schon her, zehn Tage, seit ich die Tat beging. Aber Helman, oder ein Teil von ihm, ist in jener Nacht zurückgekehrt. Gott, wie seine verfluchten Hände über den Boden krabbelten, seine Füße, seine Arme, die oberen und unteren Schenkel, die auf unbeschreibliche Weise die Stufen hinaufstiegen, um mich zu quälen, Christus, wie sein schrecklicher, blutiger Rumpf mich belauert. Ich sage Ihnen, seine Hände sind sogar schon tagsüber gekommen, klopfen und scharren an meiner Tür, und im Dunkeln bin ich über seine Arme gestolpert. Oh Gott, dieses Entsetzen bringt mich noch um den Verstand. Aber das will er ja gerade. Er will mich peinigen, bis mir das Hirn zerspringt. Deshalb quält er mich, Stück für Stück. Mit der teuflischen Macht, die ihm zu Gebote steht, könnte er das alles mit einem Schlag beenden. Er könnte seine zertrennten Glieder und seinen Leib zusammenfügen und mich erschlagen, wie ich ihn erschlagen habe. Und ich habe doch so sorgsam die Teile vergraben, mir alles bis ins Kleinste durchdacht, und wie sinnlos ist es gewesen. Die Säge und das Messer habe ich ebenfalls vergraben, dort im hintersten Winkel des Gartens, so weit wie möglich von seinen bösen, krabbelnden Händen entfernt. Aber den Kopf, den habe ich nicht mit den anderen Stücken vergraben. Den bewahre ich im Schrankregal hinten in meinem Zimmer auf. Manchmal habe ich gehört, wie er dort rumort, wie Sie ihn ja vor kurzem auch gehört haben. Doch den Kopf braucht er gar nicht. Sein Wille ist irgendwo anders versammelt und manifestiert sich im planvollen Handeln seiner Glieder. Natürlich, als ich entdeckte, dass er wiederkehrte, verschloss ich in den Nächten alle Fenster und Türen. Doch es nutzte nichts, und ich habe ihn mit den passenden Banngesängen und Anrufungen zu vertreiben gesucht, mit allen, die ich kannte. Heute habe ich die machtvolle Formel aus dem Necronomicon ausprobiert, die sie mir übersetzt haben. Deshalb habe ich sie hierher geholt, damit sie mir übersetzen. Außerdem ertrug ich es nicht mehr, allein zu sein, und ich dachte, dass es etwas hilft, wenn sich noch jemand im Hause aufhält. Jene Formel ist meine letzte Hoffnung gewesen. Ich glaubte wirklich, dass sie ihn in Bann schlagen würde. Es ist eine uralte und urböse Beschwörung, aber sie haben ja selbst gesehen, dass sie nichts nützt. Seine Stimme verfiel zu einem zusammenhanglosen Gemurmel, und er starrte mit blicklosen, unerträglichen Augen, in denen ich das Auflackern des blanken Irrsinns sah, ins Leere. Mir fehlten die Worte, so unsäglich abscheulich schien sein Geständnis. Die Erschütterung all dessen, was ich für gut und richtig hielt, und das übernatürliche Grauen hatten mich sprachlos gemacht. Mein Denken und mein Empfinden waren wie vom Donner gerührt, und ich musste mich erst um einiges erholen, bis ich das unwiderstehliche Aufwallen einer Flut von Abscheu für den Mann neben mir verspürte. Ich stand auf. Schweigen hatte sich auf das Haus gesenkt, als ob das aberwitzige Belagerungsheer der Leichenteile sich in seine Grabesbaracken zurückgezogen hatte. Karnby hatte den Schlüssel stecken lassen, und ich schritt zur Tür und schloss sie rasch auf. »Gehen Sie etwa. Bleiben Sie,« flehte Karnby mit zittriger, angsterfüllter Stimme, als ich die Hand auf den Türknauf legte. »Oh ja, ich gehe,« sagte ich mit kalter Stimme. »Ich kündige mit sofortiger Wirkung, und ich beabsichtige, meine Sachen zu packen und Ihr Haus so schnell wie möglich zu verlassen.« Ich öffnete die Tür und lief aus dem Zimmer, ohne auf seine brabbelnd vorgebrachten Argumente und Betteleien zu hören. Hier und jetzt zog ich es vor, mich dem zu stellen, was mich vielleicht in dem düsteren Gang erwartete, wie grässlich und furchtbar es auch sein mochte, anstatt noch länger in der Gesellschaft von John Karnby zu verweilen. Der Flur war leer. Doch während ich zu meinem Zimmer hastete, erschauerte ich bei dem Gedanken an das, was ich gesehen hatte. Ich glaube, bei dem geringsten Geräusch, der geringsten Bewegung in den Schatten hätte ich laut aufgeschrien. Mit dem Gefühl der äußersten zwanghaften Dringlichkeit begann ich meine Reisetasche zu packen. Es schien mir, als könnte ich nicht rasch genug aus diesem Haus mit seinen abscheulichen Geheimnissen entfliehen, über dem wie ein Unwetter eine erstickende Bedrohung zu schweben schien. In meiner Hast misslangen mir einige Handgriffe. Ich stolperte über Stühle, und mein Hirn und meine Finger wurden taub unter einem lähmenden Gefühl des Grauens. Fast hatte ich meine Vorbereitungen abgeschlossen, da hörte ich langsame, regelmäßige Schritte die Treppe heraufkommen. Ich wusste, dass es nicht Karnby war, denn sobald ich aus seinem Zimmer gelaufen war, hatte er sich eingeschlossen, und mich befiel das sichere Gefühl, das nichts ihn zum Herauskommen bewogen hätte. Außerdem hätte ich es sicherlich gehört, wäre er nach unten gegangen. Die Schritte erreichten den oberen Absatz und gingen den Flur entlang an meiner Tür vorbei. Ihr Takt klang eintönig, tot, wie die regelmäßigen Bewegungen einer Maschine. Ganz sicher nicht das leise, nervöse Auftreten von John Karnby. Wer konnte es dann sein? Mir stockte das Blut in den Hadern. Die Vermutung, die sich an die Oberfläche meines Verstandes drängte, wagte ich nicht zu vollenden. Die Schritte verstummten, und ich wusste, dass sie an der Tür zu Karnbys Zimmer angekommen waren. Eine Pause trat ein, in der ich kaum Atem schöpfen konnte. So dann hörte ich ein furchtbares Krachen und Bersten, und darüber den gellenden Schrei eines Mannes im Griff der aberwitzigsten Angst. Ich vermochte mich nicht zu rühren, als halte eine eiserne Hand mich gefangen, und ich weiß nicht, wie lange ich wartete und lauschte. Der Schreier starb rasch, und jetzt konnte ich nur ein leises, sonderbares, sich wiederholendes Geräusch vernehmen, das mein Verstand nicht zu deuten wagte. Es war nicht mein eigener Wille, sondern eine überwältigende Macht, die mich schließlich in Bewegung setzte und über den Flur zu Karnbys Studierzimmer trieb. Ich spürte die Anwesenheit dieses Willens wie ein übermächtiges, übermenschliches Wesen, eine dämonische Gewalt, ein bösartiger Mesmerismus. Die Tür des Zimmers war eingeschlagen worden und hing nur noch an einem Scharnier, geborsten wie unter der Einwirkung einer ungeheuren Gewalt die Menschenkraft überstieg. Im Zimmer brannte noch eine Lampe, und das unaussprechliche Geräusch, das ich vernommen hatte, verstummte, als ich mich der Schwelle näherte. Ein böses, undurchdringliches Schweigen folgte. Erneut hielt ich inne und konnte nicht weitergehen. Doch diesmal war es etwas anderes als jener höllische, allesdurchdringende Magnetismus, der meine Glieder erstarren ließ und mich gefangen hielt. Als ich den schmalen Winkel des Zimmers ausspähte, was vom Türrahmen umfasst von einer Lampe außerhalb meines Sichtfeldes erleuchtet wurde, sah ich einen Saum des Orientteppichs und die grässlichen Umrisse eines unbeschreiblich reglosen Schattens, der darüber auf den Boden geworfen wurde. Riesig war er, verlängert, missgestaltet, und dieser Schatten wurde offenbar vom Rumpf und den Armen eines nackten Mannes geworfen, der sich mit einer Chirurgensäge in der Hand vorbeugte. Darin lag auch seine Ungeheuerlichkeit. Obwohl die Schultern, die Brust, der Bauch und die Arme deutlich zu erkennen waren, wies der Schatten keinen Kopf auf und schien in einem abgetrennten Hals zu enden. In Anbetracht des Blickwinkels schien es unmöglich, dass der Kopf durch irgendeine Verkürzung mir hätte verborgen bleiben können. Ich wartete. Es stand außerhalb meiner Macht, das Zimmer zu betreten oder mich zurückzuziehen. In einer eisigträgen Flut strömte mir das Blut wieder zum Herzen und jedweder Gedanke froh in meinem Hirn fest. Eine Zeitspanne des namenlosen Schreckens verstrich, und dann erklang aus der verborgenen Seite von Karnbys Zimmer aus der Richtung des verschlossenen Schrankregals ein furchtbares, lautes Krachen, gefolgt vom Geräusch splitternden Holzes und ächzender Scharniere und dem unheimlichen, dumpfen Schlag eines unerkannten Gegenstandes auf dem Boden. Wieder herrschte Schweigen, ein Schweigen, als brühte das Böse nach vollzogener Tat über seinem namenlosen Triumph. Der Schatten hatte sich nicht geregt, seine Haltung gemahnte an scheußliche Nachdenklichkeit, und in der erhobenen Hand lag immer noch die Säge wie übergetanem Werk. Eine weitere Spanne verstrich, und dann wurde ich ohne eine Vorwarnung Zeuge des schrecklichen und unerklärlichen Zerfalls des Schattens, der sacht und mühelos in vielerlei verschiedenartige Schatten auseinanderbrach, bevor er meinem Sichtfeld entschwand. Ich zögere, die Art und Weise zu beschreiben oder die Stellen zu benennen, an denen sich dieses einzigartige Auseinanderfallen, dieses mannigfaltige Zerbrechen ereignete. Zugleich hörte ich das durch den Perser-Teppich gedämpfte Herabfallen eines metallischen Gegenstandes und einen Laut, als ob nicht ein Körper fiel, sondern viele Körper zu Boden stürzten. Erneut herrschte Schweigen, das Schweigen eines nächtlichen Friedhofs, auf dem die Totengräber und die Gule ihre makabre Arbeit getan haben und die Toten wieder allein sind. Ich wurde von dem bösen Mesmerismus angezogen und wie ein Schlafwandler, den ein unsichtbarer Dämon leitet, betrat ich das Zimmer. Mit grausiger Klarheit wusste ich schon im Vorwege, welcher Anblick jenseits der Schwelle mich erwartete. Der doppelte Haufen menschlicher Teile, einige von ihnen frisch und blutüberströmt, andere bereits bläulich unter der beginnenden Verwesung und von Erdflecken beschmutzt. Beiderlei Brocken lagen in schrecklichem Durcheinander auf dem Teppich. Aus dem Haufen ragten ein gerötetes Messer und eine gleichsam befleckte Säge hervor. Ein wenig abseits zwischen dem Teppich und dem offenen Schrank mit seiner zerschmetterten Tür ruhte aufrecht ein Menschenkopf, der den anderen Überresten zugewandt war. Er befand sich im gleichen Zustand des beginnenden Verfalls wie die Leiche, zu der er gehört hatte, doch ich beschwöre, als ich eintrat, den Rest einer boshaften Freude in seinem Gesicht verblassen sah. Auch unter den Anzeichen der Fäulnis, die auf ihnen lagen, sahen die Züge jenen von John Carnby entschieden ähnlich. Sie konnten offenbar nur einem Zwillingsbruder gehören. Die grausigen Schlussfolgerungen, die meinen Verstand in einer schwarzen, klebrig feuchten Wolke erstickten, sollen hier keine Niederschrift finden. Das Grauen, dessen ich gewahr wurde, und das noch größere Grauen, das ich dahinter mutmaßte, hätten die übelsten Grässlichkeiten der Hölle in ihren froststarren Griften zur Nichtigkeit werden lassen. Nur eine Linderung eine einzige Gnade. Ich musste dieses unerträgliche Tableau nur für wenige Augenblicke ansehen. Dann spürte ich auf einmal, dass etwas sich aus dem Zimmer zurückgezogen hatte. Der böse Bann war gebrochen, der übermächtige Wille, der mich versklavt, hatte nicht länger hier. Er hatte mich freigegeben, wie er auch die zerstückelte Leiche des Helmen Canby freigegeben hatte. Ich war wieder mein eigener Herr. Hals über Kopf floh ich aus der grausigen Kammer durch ein unbeleuchtetes Haus in die Finsternis der Nacht hinaus.